VCW-Mittelbloggerin Simona Kossova will zwei Jahre beim VCW bleiben, hat einen entsprechenden Vertrag unterschrieben. Darüber freuen wir uns sehr. Simona, warum wolltest du gerne zwei Jahre beim VCW bleiben? Ich bin beim VCW sehr, sehr zufrieden und glücklich und ich möchte gerne einfach weitere Medaillen sammeln. Nicole, warum wolltet ihr gerne mit Simona verlängern und habt auch verlängert um zwei weitere Jahre, was ja auch nicht ganz gewöhnlich ist, ne? Ne, aber es zeigt, dass sowohl Simona sich sehr, sehr wohl fühlt, sich sehr gut eingelebt hat, wir mit Simona sehr, sehr zufrieden sind, menschlich wie auch sportlich. Und daher haben wir jetzt für zwei Jahre gesagt, die Perspektive für uns gemeinsam und wir freuen uns einfach. Du hast eben die Medaillen erwähnt, Simona, die Bronze-Medaille habt ihr ja schon sicher. Bedeutet dir das irgendwas? Ja, natürlich, das ist etwas Besonderes für mich und deshalb wollte ich auch bleiben und ich freue mich wohl hier und alles super. Sehr gut. Simona Koschova bleibt zwei weitere Jahre beim VCW. Ja, natürlich, das ist etwas Besonderes für mich.